Hallo und herzlich willkommen zur Januar-Ausgabe von Stadtgespräch TV im Jahr 2015. Ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr gerutscht und freuen sich auf zwölf weitere Ausgaben des monatlichen Wohnbaumagazins. Wie Sie vielleicht schon erkannt haben, befinde ich mich hier vor der Schweterstraße 36. Lange dauert es nicht mehr, bis die ersten Mieter in die sanierten Wohnungen einziehen können. Doch schon vor über 50 Jahren spielten hier Kinder auf dem Hinterhof. Ingrid Lindow war eines davon, das mir gleich einen kurzen Einblick in damalige Verhältnisse geben wird. Zuvor sehen Sie aber einen weiteren Handwerkertipp mit Raik Ohmann. Die Heizperiode hat längst begonnen und immer wieder kommt es zu Problemen mit kalten Heizkörpern. Dies kann folgende Ursachen haben. Zum einen kann sich das Thermostatventil verklemmt haben, zum anderen kann sich Luft im Heizkörper befinden. Beide Ursachen kann man mit wenigen Handgriffen schnell lösen. Die Überwurfmutter am Thermostatventil lösen, Ventilkopf abnehmen und prüfen, ob der Ventilstift sich leichtgängig bewegt. Unter Umständen ist der Ventilstift verklemmt und kann mit etwas Öl leichtgängig gemacht werden. Danach Ventilkopf wieder ansetzen und die Überwurfmutter feststellen. Ist der Heizkörper nur unterhalb warm oder sind gluckernde Geräusche zu hören, befindet sich meistens Luft im Heizkörper. Diese kann man hier hinten am Ventil entweichen lassen. Dazu drehen wir das Thermostatventil auf Null, halten ein Gefäß unter den Auslass und öffnen vorsichtig das Entlüftungsventil. Sollte nur Wasser entweichen, keine Luft, können wir wieder schließen. Mit diesen wenigen Handgriffen sollte Ihre Heizung wieder warm werden und das Problem behoben sein. Neben mir steht jetzt Ingrid Lindo, eine ehemalige Mieterin hier in der Schweterstraße 36. Frau Lindo, Sie haben ja als Kind hier gewohnt. Können Sie mal beschreiben, wie der Hof 1955 hier aussah? Ja, es war so mit einem Katzenkopfpflaster, wie man so sagt, war er gepflastert. Hier war noch eine Grube für Asche und dann war eben alles Ställe. Vorher waren wohl mal Pferde, wurden hier gehalten und das waren dann noch Pferdeställe. Das war richtig im Karree alles voller Ställe. Waschküche unten im Keller und dann war unten, wir wohnten ein paar Terren. Da war dann die Küche angebaut, sehr schön mit einer großen Freitreppe, wie man sagt, so mit Blumen und so das Gleiche. Ja, und das ist ja nun alles jetzt weg, nicht? Und die Balkons waren natürlich auch, ist ja alles ganz neu und alles schön gemacht jetzt dann. Die Mieter dürfen ja bald einziehen. Wie war denn damals zu Ihrer Kindheit das Mietverhältnis so im Haus? War sehr gut. Muss ich dazu sagen, dass auch viel Verwandtschaft war. Ja, Tanten und Cousinen, alle so nach 45 waren ja nun viele Wohnungen kaputt und Häuser. Die wohnten ja hier mit, aber wir haben uns alle gut vertraut. Und auch wenig Kinder und wir drei waren drei Mädchen. Wir haben immer zusammengehalten, Dummheiten gemacht, in den Keller verstecken gespielt, auf den Kohlen und in Kartoffelkisten rein. Und ich war die Kleinste und kam immer dann nicht wieder raus und alles sowas. Um einen Mieter geht es auch im folgenden Beitrag. Die Prenzlauer Friedrichstraße erhält eine weitere Facette. Das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Uckermark West wird im ehemaligen Connect Shop sein Team der Hauskrankenpflege für den Altkreis Prenzlau unterbringen. Hintergrund ist der große Zuspruch der Insolvenzberatungsstelle in der Stettiner Straße, die dauerhaft mehr Platz benötigt. Neben Diensträumen bietet die Friedrichstraße hier ab 1. März auch eine weitere Begegnungsstätte für seine Mitglieder. Dazu wurde der Gewerberaum nach den Wünschen von DRK-Chefin Carmen Draht durch die Wohnbau umgebaut. Weitere gemeinsame Projekte sind in Planung. Ja, das war es schon wieder von Stadtgespräch TV. Wir sehen uns am 16. Februar wieder. Dann mit einem weiteren Handwerkertipp mit Raik Ohmann und zum Thema Waschmaschine. Ich sage bis dahin Tschüss, machen Sie es gut.